Wir sind auf dem Mikro, oder? Ja. Wir müssen wirklich auch die Retro-Klasse BPS-Fuchsdorf. Also, wie dürfen wir hier stehen? Ich würde mal sagen, in die Richtung, oder? Alle kommen ran. Stehen wir so richtig? So, und jetzt geht's darum, dass ihr ein bisschen mithilft. Im Refrain kennt ihr aus den Stadien. Einfach von der rechts nach links schwenken. Ich mach euch das dann vor. Abfahrt! So, wir schaffen das! Manchmal läuft das Leben nicht so, wie man es sich wünscht. Und da alle Kinder können auch gar nichts erfüllen. Vielleicht denkst du, da habt ihr recht, und suchst schon lang, schon lang. Den Weg ins Glück, doch findest du kein Getür. Du fragst dich, wann wird alles wieder gut? Wann zaubert ihr ein Lächeln aus dem Blut? Und dann kommen wir, ich und die Elbe. Die Söhne sind in den Elfen hier. Wir freuen uns, wenn du nassst, und wir treiben wirklich nassst. Und wenn du denkst, dass du das Blut nicht hast. Und dann kommen wir, wir tentieren. Die Söhne sind in den Elfen hier. Das Leben ist ein Spielplatz und spannend bis zuletzt. Doch arm oder krank zu sein, kann ich dich quälen. Doch hat nicht jedes Kind das gute Recht, auch wirklich sein. Und deshalb geht's hier um die kleinen, jungen Zehn. Du sagst, ich such doch nur ein klitzekleines Licht. Du fragst, was zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Und dann kommen wir, wir tentieren. Die Fröhne sind in den Elfen hier. Wir freuen uns, wenn du nassst, und wir treiben wirklich nassst. Und wenn du denkst, dass du das Blut nicht hast. Und dann kommen wir, wir tentieren. Wir freuen uns, wenn du denkst, dass du das Blut nicht hast. Wir freuen uns, wenn du denkst, dass du das Blut nicht hast. Wir freuen uns, wenn du denkst, dass du das Blut nicht hast. Und dann kommen wir, wir tentieren. Die Fröhne sind in den Elfen hier. Zusammen in deinem Blut, fahren wir gleich mit dem Blut. Wir sind am Heil, für Kinder in Not. Am Heil, für Kinder in Not. Wir sind am Heil, für Kinder in Not. Peter Wiedereck, Anne-Pies und die Fröhne-Lütten. Kinder in Not. Schöne Nummer für die Fröhne-Lütten. Mit Fiddy in der Mitte. Mit Ausruhen ist nichts. Er muss nicht her, er muss voll und muss alles mitmachen. Aber es soll auch noch... Noch mal ein Ding Applaus für die Fröhne-Lütten und für Peter Wiedereck und Anne-Pies für die Sonne. Wenn die Premiere heute extra für heute komponiert. Und der Fiddy jetzt ab da oben in die Eistonne. Wir sehen uns gleich wieder. Wir machen noch ein bisschen Mucke. Wir haben noch die Shisha-Kanonen, wir haben noch ein paar T-Shirts raus. Wir sehen uns gleich hier zum zweiten Drittel im Deutschlandstadion. Geht da, Leute? Danke, danke, danke.